So, mein Lieblingsgebiet. Easy. So, dahinter ist auch einer. Was macht der da? So, Zone kommt. Das ist immer so eine Sache. Was nimmst du mit, ne? Wie viel hat man denn von hier? Wie viel sind da? Sechs Stück? Das ist eigentlich Big, ne? Ja, komm, nimm mal die mit. Die Dosen. Ich weiß nicht, ich kann es noch nicht einschätzen, ob ich die Dosen mitnehme oder Blue Life komplett. Die Biggies. Da bin ich noch ein bisschen, ja. Oh mein Gott. Ich habe doch eh gedrückt. Ja, der hat mich sofort gesehen. Der schießt sofort. Da ist noch einer, ey. Oh mein Gott, hier geht es gut. Was macht der da? Ich habe nur die beiden hässlichen Waffen. Der macht einen Clip für TikTok. Spielt der Rocket League? Junge. Hä? Der Rocket League. Oh fuck, da ist er drin. War mit geschossen hinter uns. Können wir erstmal den Chili machen. Was aus Fortnite passiert, wieso? Hier, der Allechte. Die sind alle auf mich. Ich habe echt ein Problem. Ja, ich bin am Arsch. Da oben ist einer. Rechts ist immer noch einer. Der will da auch nicht weg. Der will da auch einfach nicht weg. Aber dafür gehe ich hier weg. Ich habe eine Idee. Oh, nervt doch nicht, Mann. Da oben. Was sehe ich hier? Das ist ein Ananas. Wie kommt man da hoch? Oh, falsch Richtung. Da musst du nachladen, mein Freund. Musst du nachladen? Das ist hier nicht bauen Modus. Du kannst mal nicht ständig Mauer bauen. Oh, ich bin so gierig. Oh mein Gott. Oh ja. Ich muss euch fallen lassen. Oh mein Gott, wir müssen rüber. Ich habe Angst vor einem Heil. Oder du. Der Hai ist bei dir. Der Hai greift dir nicht an. Kuss. Der Hai ist auf. Was? Ich dachte, man geht das. Nein, noch drei Leute. Gleich aufgefallen. Aber wir sind Gamer, Leute. So, jetzt ist die Frage, wo verstecken sie sich. Ich glaube, der Rocket League Typ ist noch da. Diese Waffe ist so hässlich, ne? Ich sag's euch immer wieder. Wohin? Wohin? Oh, will der mich verarschen, oder was? Das wird schüttet. Oh mein Gott. Ich sag nicht, ich fall jetzt runter. Oh mein Gott, mein Herz. Der Rocket League Typ ist tatsächlich noch da. Der kommt auch hier hoch. Ich glaub's nicht. Jetzt sag ich euch gleich, warum das schlau war. Ich sag euch gleich, warum das schlau war. Jetzt fragt, wo ist der andere? Ist der noch süß? Wo ist der andere? Jetzt kommt der ist oben gelandet. Ja! Noch einer. Ich bin One-Shot. Scheiße. Fuck, das war's. Was? Ich hab ihn direkt holen müssen. Oder treffen müssen. Wir sind aber Gamer. Ja! Weil wir Gamer sind. Weil wir Gamer sind. Weil wir Gamer sind. Soll einer kommen und sagen, ich bin zu alt. Ich hab keine Reflexe. Oh mein Gott. Was für eine Show für zwei Leute hier. Der Allerechte. Erste Runde. Direkt ein Sieg. Mit zwei HP sogar. Auf Wiedersehen. Dann. Das war's. Bis zum nächsten Mal.